Los. Hallöchen. Ich teste jetzt mal die HP-22, die Carolina Reaper. Sieht mich schon mit Stapelchen hier dran. Genau. Mal sparen, was passiert. Haben ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich sagen. Weil ja doch ziemlich heftig sein soll. Grüße an Happy Metal auf dem Forum. Cool, dass du meine Sachen gut findest mit den Videos. Und ich quill mir jetzt das Ding mal rein. Cheers. Hat der Tag gleich am Anfang? Bitter? Sehr bitter. Die wird scharf, ey. Die wird echt scharf. Grüße an alle Leute von Hotmail, die übrigens. Wollte ich nur sagen. Oh, Korn ewig drauf rum. Es bildet sich auf jeden Fall schon mal voll auf der Zunge. Oh, Korn ewig drauf rum. Es bildet sich auf jeden Fall schon mal voll auf der Zunge. Oh, Korn, was ist passiert? Geht bis jetzt noch. Aber bis jetzt. Jetzt kommt er. Cool. Boah, das ist nicht irgendwie geil. Die Branden kitzelig, so lange nur. Kopf wird rot. Hat er mir schwer. Feuer. Und jetzt kommt er. Geschmack ist gut, also wirklich süß, ist in Ordnung. So wie kann man es für dich sagen, das bei hat der Füße. Augen Tränen. Das ist die heftigste, die ich bis jetzt gegessen habe. Leute, es kommt nämlich z.B. schärferes. Boah. Ziehen richtig im Hinterkopf. Schwindel. Ich glaube, es ist der Peak erreicht. Ohne Schluck auf, wenn das weiter ist. Hände werden so ein bisschen kribbelig. Ohne Schluck. Ohne Schluck. Ohne Schmerzen. Ohne Schmerzen. Ohne Schmerzen. Brutal! Brutal! Aber ganz anders, als ich erwartet habe. Völlig andere Türen. Super! Leute, das reicht. Ich verabschiede mich, jetzt geht es wieder runter. Ich grüße euch, bis dann. Ciao!